Perfekt. So. Aufgaben. Jage einen Bukai Bukai. Ja, machen wir gerne. Da. Wo ist denn der zuhause? Da oben links, ne? Ein Dreierbezirk. Aber den gesehen wir mal. Ja. So. Nein. Wir wollen nicht die Quest abdrechen. Hm. Die, 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 die. So. Irgendwas fehlt. Keine Ahnung. Na? Ich habe gerade einen Hintergrund etwas. Hm. Hm. Wo ist das? Okay. Doch ein bisschen alles verschoben. So. Dammtadamdamm. Müssen wir mal schauen. Unser Hermigisch kann schon was anderes machen. Zum Beispiel Blitzfallen oder sonst. Hm. So. 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 Hm. Okay. Hm. Hm. Ja. Nein. Ich will nicht die Quest abdrechen. Aber anscheinend will doch keiner dabei treten. Also starten wir alleine. Und schauen wir mal das Intro an. Sonst kann sowieso keiner beitreten. Nein. Das ist immer so blöd. Und los geht's. Eindringling. Eindringling in der Ödnis. Nice. So. So. Wir gehen mal was jausnen. Bissin Bucke Bucke. Nein nein. Zuerst gehen wir was essen. Und dann können wir erst Bucke Bucke. umpr такое. krumpapapapa. Imampapa. So. Der Hermigisch ist da. Dann haben wa noch ein. Megatrang. Dings. Heerstoffe. Okay. Den ba herum nicht mehr die kleineren. Okay. Dann. Question. Ok, die Ration ist auch schon gut voll. Vorhören. Ah, sehr nice. Kann man schon. Ob das wer sieht, hat man keine Ahnung. Steine nehmen wir mit. Jetzt können wir einen Bukai Bukai suchen. Unseren Kollegen. Dann hauen wir nieder. Aber warte mal. Sind die halt unsere Freunde irgendwo? Die Katzen? Ne, die sind weiter weg. Aber hier könnten wir schon ein bisschen farmen. Wir müssen sowieso öfters farmen. Für Rüstungsteile und solche Sachen. Wie gesagt, das nehme ich mehr ein Off auf. Ah, nicht ein Off. Ich nehme es nicht auf. Das spiele ich einfach. Weil es sehr einseitig ist. Ok, Fußspuren. Den suchen wir allerdings nicht. Ok. Ok. Was ist jetzt los? Hallo? Ganz ruhig. Müssen wir schauen, wie der zirka sein könnte. Ich vermute da hinten. Schauen wir mal. Müssen wir dort. Dort hinten. Dort entlang. Ja. Hier ist eine Sackgasse. Na. Schauen wir mal. Da ist er schon. Uiuiuiui. Ui. Ist abgehoben. Dank kriegt's von uns. So, Herr Bukai. Haben wir den auf dem Map? Ja. Da. So. Was wollen die von mir? Sie sind so lästig, ne? Man kriegt's halt einfach einen Deckel, ne? Unbedingt scharf drauf sein, ne? So. So. Schaden ist auch nicht so besonders gut, glaube ich, bei die Viecher. So. Der mitgeschötert und down. So. Komm schon. Ganz ruhig. Und mein Geier auch mitgenommen. Ich spüre das Monsters. Haben wir ja schon aufgespürt. Haben wir schon markiert. Hier da auch. Aber zuerst können wir ein bisschen looten. Vielleicht können wir doch was brauchen. Hm. Na, siehste. Haben wir schon mal ein Rückenpanzer. Ausrüstung wird benötigt. Okay, siehste. Haben wir schon wieder Ausrüstung gefunden. Fußspuren. Das ist von den Kollegen. Da brauchen wir nicht. Steine. So. Wo ist denn unser Pukai Pukai? Ach. Fußspuren. Mhm. Stufe erhöht. Na gut. 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 Da ist er. Bahns ruhig. Nochbrig. Wat? Wat? Ach Gott. Pass ? cambiar ich schon an. Ist er ein Gift. Okay. Dann geht es los. Ach. Hier ist schon ein Kollege eingestiegen. Der jebsler. Hi. Ah. Der ist auf ziemlich hoch hinten vorn. Wo ist er denn hin? So. Ein guter Stufe schon erreicht, ne? Wollen wir mal was davor hat. Keine, ne. Okay, Spur. Der kennt sich schon besser aus, glaube ich. Hm. Ah, da ist er. So. Die Blitzfalle ist gut, ne? Muss mehr aufnehmen, ja. Zum Glück. Schön reinfahren. Das ist ein Schwert. Ah, es ist noch jemand gekommen. Hoppala. Der lädt sich irgendwie auf, ne? Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ganz ruhig, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Und... Zwister. Hoppala. Jetzt brauche ich unbedingt einen Trank. Schnell weg da. Ne, 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 ne. Das ist nicht gut. Wo ist denn der starke Trank? Er ist die Hilfe. Megatrank hier. So. So ein fieses Vieh, echt, ne. Okay, ist der andere auch hier. Das wird sehr kritisch. Ah, ihr Herz. Jetzt habe ich ihn. Jetzt habe ich ihn. Ah, er hat sich was fallen lassen. Wo ist er? Ne, ne, ne. Tschüss. Er fliegt hier. Schau mal, Käfer. Also vor allem fliegt er schon. Die Arterie hat die. So. Haben wir den so. Er ist schon angeschlagen, ne? Das sieht man schon gut. Ah. Oh man. Der Hamburger ist bald getreten. Ah, okay. Auch ein ausgewählter Name. Warten kann auf den Cheeseburger. Du wie. So. Nein, 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 nein. Okay, jetzt hat er wieder so eine Axt gewechselt. Das ist jetzt so gut. Ah, der Schwanze ist ab. Ist ja gut. Ah, der Schwanze ist ab. Ist ja gut. Da rüber, ja. Okay, Schwanz. Kann man nochmal ernten? Ne, schade. So, ah, okay. Hier rauf. Oh, hat er sie versteckt. Macht er schon ein Nickerchen jetzt wahrscheinlich. Pilzchen. So. Sind wir schon mitten in den Frequests, ne? Auch nur zwei Pilze. Brauchst du ein bisschen aufladen. Ah, okay. Das ist der Rathalos. Den brauchen wir nicht. Wirklich. Arachien. Nee, nee. Wir wollen dich nicht. Wir wollen den nach vorne, ne? So. Oh, Mann, das ist immer so ärgerlich, wenn zwei auf einmal kommen. Ah, weg. Ihr macht's das schon, ne? Ihr macht's das schon, ja. Oh, ich nehme den Abwechslung. Ja, genau. Arschgeräge. Okay, lass mich doch. Ich verhext, ne? Aber ich hab mir so ein Gesundheitsding. Komm schon, Alter. Lass mich doch, bitte. Verdammt. Er hat mir das weglassen. Alles okay, Partner? Wir müssen sofort dem Kommandantenbericht erstatten. Ja, super, ne? Ich muss da irgendwie schnell hin. Oh, Mann. Eigentlich kommt jetzt das Fertige wieder zu mir, ne? Komm schon. Komm schon. Komm schon. Ja, war. Rückenpanzer, der ist neu. Rückenpanzer, der ist neu. Ja, ich mag er nicht mehr. Schade. Aber haben wir geschafft, ne? Ist schon mal was geholfen. Dann werden wir wieder weiterentwickeln, ne? Was haben wir da Schönes? Oh, das ist eine Stufe 6. Das ist ja auch schon gewesen. Schuppe plus Flügel, Rückenpanzer, Spitzknochen, Rüstungskugeln haben wir auch. Ah. Aha, aha, aha. Ah, okay. Nicht verkaufen. Ah, Alter. Ah, Alter. Das ist okay. Was kriegen wir Schönes? Ah, diese Dekoration verstärkt eine Miasama. Widerstandsfähigkeit, okay. Aber mir fehlt, glaube ich, die... Ich sag schnell. Pröstung dazu, ne? Zum Sockeln. Die habe ich ja noch nicht bekommen. Oder vielleicht jetzt. Sind alle da? Gut. Dann lasst uns die Notfallsitzung des Rats eröffnen. Sind alle da? Ja, klar. Seit wir das Geheimnis des Zora Magdaros gelüftet haben, habe ich alarmierende Nachrichten erhalten. Wirklich? Gut, die werden. Das Feldteam hat eine Verhaltensänderung bei den Monstern beobachtet. Sie dringen in Fremdreviere ein. Und das Schlimmste ist, dass plötzlich noch ältere und stärkere Monster aufgetaucht sind. Ja? Sie sind wesentlich stärker als die Monster, die wir gewöhnlich hier antreffen. Es wurden bereits mehrere Jäger verwundet, einige sogar schwer. Und ich glaube, die Fünfte hat noch ein paar Informationen, die sie gerne hinzufügen würde. Jawohl, Sir. Wir sind in der Wildturm-Ödnis vor ein paar Tagen auf eine seltsame Fährte gestoßen. Meiner Meinung nach ist es die einer Rathian, aber ich bin mir nicht zu 100% sicher. Größe und Eigenschaften passen, aber irgendetwas an ihr ist seltsam. Oh, stärkere Monster. Und jetzt könnten wir es auch noch mit einer neuen Spezies zu tun haben. Ich bezweifle, dass das alles zuverlässt. Was sollen wir also Ihrer Meinung nach tun, Kommandant? Unsere verdammte Arbeit. Wir sind eine Forschungskommission. Also forscht. Und wenn wir schon dabei sind, müssen wir zwei Dinge erreichen. Erstens, wir müssen die gefährlichen Monster ausschalten. Dafür entsende ich unsere besten Teams. Zweitens, wir müssen die Arbeit der Fünften wieder aufnehmen und mehr über das neue Monster erfahren. Haltet da draußen die Augen nach Hinweisen offen. Verstanden, Sir. Wir werden Sie nicht enttäuschen. Gut. Aber seid extrem vorsichtig. Diese Monster haben nichts mit den uns Bekannten gemein. Wegtreten! Ich glaube, jetzt beginnt das Schwierige an Monsterjagden. Suche nach den drei Fragezeichen, Radyan. Okay. Okay. Ja. So, weil jetzt haben wir jetzt abgeschlossen wahrscheinlich. Ja, bessere Ausrüstung haben wir jetzt auch bekommen. Okay. Jetzt haben wir wieder... Suche nach den ganzen Kontinent ab. Ob nun Radyan oder nicht, wir müssen dieses Monster finden. Ja. Hör zu. Wir gehen jetzt mal Ausrüstung suchen. Okay, Partner. Wir müssen mehr Spuren vom geheimnisvollen Monster finden. Ja, ja. Wir sollten alle Regionen abklappern. Wie schlägt sich deine Ausrüstung? Nicht so gut. Ich brauche eine neue. Das wäre super. Integration sind die einen Stein, den wir jetzt gekriegt haben. Angriffsjuwel. Den können wir nachher in unsere Waffe reinpacken, zum Beispiel. Aber, aber schauen wir mal. Das sind die neuen Set-Teile. Okay, das ist ein älteres Kettenhemd. Okay, was haben wir da? Ja, schauen wir gleich durch. Jägerset. Oh, das sieht auch heiß aus. Ja. Haben wir gar nichts. Okay. Ja, einige Sachen können wir schon herstellen eigentlich, ne? Nur ist die Frage, ne? Wie teuer das Ganze ist, ne? Ähm. Okay. Ah, ein Sora-Set. Können wir irgendwas machen? Das ist schon mal gut zu wissen. Wahrscheinlich farmt das unser Kollege, ne? Gerade. So. Schauen wir mal. Kopfschmuck. Was ist denn da besser eigentlich? Handwerk. Der hat zwei Sockelplätze, ne? Der hat keine. Slots. Da ist das Set eigentlich besser, ne? Explosionsangriff. Das ist gut, dann. 9000, die hat es gehört nur uns, ne? So. Risst uns gleich aus. Hm. Super Waffe. Vielleicht klingt auch gut eigentlich, ne? Upgraden müssen wir das Ganze noch. So. Ja, bitte. Kräftigen. Ja. Egal, machen wir uns gleich jetzt komplettes Set, oder? Wenn es jetzt ausgeht. Können wir nachher farmen. Oh, ja. Gibt ja. Hose. Ja, Hosen. So, da leid. Jetzt haben wir da wieder Mangelware. Mh, mh. Aber vielleicht können wir ja was anderes machen inzwischen. Ja, siehst du. Ich weiss nicht, den brauchen wir eigentlich nicht so wirklich, oder? Ne. Waffe. Achso, Verbesserung. Aktuell ausgerüstet. Das kann man nicht. Okay. Okay. So. Die Waffe haben wir ausgerüstet. Da fehlt uns noch Erz. Ah, okay. Siehst du? Da ist jetzt der neue Zweig freigeschalten worden. Mal gucken, ob wir eine Waffe haben zum Upgraden. Leider nein. So, da haben wir noch einen Zweig. Das ist der Zweig, ne? Ne, da haben wir auch noch nichts. Ah, die können wir upgraden. Können wir das machen. Ne, Scheißverfahren. Das ist ein bisschen zu teuer, ne? Will ja mal alles haben, aber man muss mit Bedacht das Einkaufen und das Ganze, ne? So. Das haben wir auch nicht da, okay. Die Waffe. Können wir auch nicht upgraden. Dann haben wir noch eine. Okay, hier. Mhm. 6. 4, 8. Das ist auch 8, ne? Das ist 6, ne? 6. Hm? Homisch ein Gerät, aber ist egal. So. So ein kleiner Begleiter. Kann man da was machen? Schönes Neues. Ja, gönnen wir. Gönnen wir. Gönnen wir ihn, ne? So. Ja. Da haben wir auch genug Stücke. So. Ausrüsten. Ähm, ja. So. Ja, das haben wir auch. Diablo-Signal. Diablo hätte ich mir besser vorgestellt, ne? Eigentlich. Österreich oder so. Teuflischer. So, ähnlich wie das Sora, ne? Aber, ja. Man kann nicht alles haben. Käfer-Outfit. Ja, das heißt, wir brauchen auch eine Sora, nochmal, ne? Rüstung. Nochmal unten. Sora. Hm, dann kann. Ja, das wird, glaube ich, auch farmen gehen. Na gut. Ja, ich will die Deko-Rüstung mal wegpacken. Genau. Ne, warte mal. Deko-Rüstung kann das hier, ne? Andringen, genau. Ja. Verbessern. Ausrüstung. Da kommen wir ein Angriffs-Juwel rein. Ja. Da hauen wir alles rein, ein bisschen was wir haben, ne? Kann man sicher noch... ...ändern, dann. So, was gibt's hier? Spezialweg. Ah, sie hat wieder da nichts. Umhang oder so. Okay. Geht's gut. Mhm. Okay, Schuppen brauchen wir von dem Typen. Und dann bekommen wir wieder was Feines, ne? So, jetzt gehen wir schnell umziehen. Da, da, da. Eigentlich hätte ich das in der Kiste auch machen können, oder? In der Kiste halt. Da, äh, ja. Eigentlich laufen wir höher hier rüber, dann. Dann geht das schon. So. Hier, Kiste. Deko-Rüstung. Ändern. Ja, ich bin... Ich bin das Einhorn, das mächtige Einhorn. Nein, möchte ich nicht abschließen. Bestätigen. So, wie schauen wir ihn aus? Ja. Der Herr Mikas ist gut ausgerüstet mit seinem neuen Outfit. Das passt. Ich sag, das war's mal. Und das nächste Mal sehen wir uns mit dem Herrn Hedgehog. Okay. Bis zum nächsten Mal. Und... Tschüss.